Herzlich willkommen zu einer neuen Corona-News-Update, Corona-News-Update, hier auf meinem Kanal. Heute am 27.08.2020. Wir haben neue Zahlen erhalten vom Lagus, Landesamt für Gesundheit und Soziales, und zwar für MV. Hier steigt die Gesamtzahl der Corona-Infizierten seit Beginn der Corona-Krise auf 1001. Das bedeutet für heute zwei neue Infektionen in MV. Laut RKI sind ca. 45 Personen noch mit Covid-19 erkrankt. Die zwei neuen Fälle gab es heute im Bereich Ludwigslust, also Landkreis Ludwigslust-Pachim. Damit steigt da die Gesamtzahl auf 140 seit Beginn der Corona-Krise. Das war's heute, kurz und bündig. Vielen Dank fürs Zusehen. Folgt mir auf Instagram unter marcolons-youtube. Ansonsten abonnieren, teilen, abonnieren, teilen. Denn ihr wisst, ab 1500 Abonnenten gibt es schon ein neues Gewinnspiel. Und dazu fehlen uns noch knapp 400 Abonnenten. Schweres Deutsch. Vielen Dank erstmal dafür. Und das Update aus meinem Garten, was heute stattfinden sollte, fällt aus, weil die Temperaturarbeiten im Garten nicht ganz so dramatisch sind, wie vorher erdacht. Gott sei Dank. Das heißt, macht euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Coronavirus-Update auf meinem Kanal. Schön mit Öl, euer Marco Lorenz und bleibt gesund.